Namaste, ihr Lieben. Neumond heute am Dienstag, jetzt bin ich wahrscheinlich richtig, den 7. September 2021. Ihr Lieben, wir haben den Neumond in der Jungfrau und dieser Neumond in der Jungfrau gibt uns einen ganz großen, starken Energiebooster. Und vielleicht habt ihr das heute gespürt oder schon in der Nacht gespürt. Ich habe im Community-Bereich schon darüber berichtet. Aber ich habe ja gestern in meinem letzten Video darüber berichtet, dass ich die Vereinigung meiner Chakren erlebt habe, währenddessen ich dieses Channeling von Mutter Maria gemacht habe. Also dieses Brennen dieser ganzen Chakren von oben nach unten. Und wenn du jemand bist, der auf dieser aufsteigenden Erde mitgeht, auf die neue Erde, dann ist das der Weg, den du auch erleben wirst. Es geht darum, dass unser Chakrensystem sich wieder vollkommen verbinden wird, vereinen wird. Die Implantate, die einst gesetzt waren, sind entlassen für diejenigen, die sich vollkommen mit dem Christusbewusstsein verbinden. Mit dem Licht Gottes in sich selbst. Und dieses einheitliche Chakrasystem ist auch unser Kanal. Ist unser Kanal für die höheren Frequenzen, für die Gottescodes. Für die Gottesfrequenzen, die dann durch dieses vereinte Chakrensystem in den physischen Körper gebracht werden, für den aufsteigenden physischen Körper mit der Seele und mit dem Menschen. Also für diesen aufsteigenden Menschen. Und das ist echt eine vollkommen irre Erfahrung. Ich habe das also oft erfahren, im letzten Jahr war das so, dass diese Codes, jetzt kommen nicht mehr so viele Gottescodes rein, weil die Indigos, also es sind diejenigen, die die Starseeds sind. Das sind also die Indigos, die Menschen, die auf dem blauen Strahl inkarniert sind. Und der blaue Strahl ist der erste Strahl, ja, der erste blaue Strahl des Willen Gottes. Die sind auch die Lichtträger dafür, dass die Menschheit jetzt auf diese neue Erde oder mit dieser neuen Erde aufsteigen kann. Diese Menschen werden allen anderen Menschen helfen, ich habe gerade geguckt, ob mein Video an ist, aber ist es, werden also sozusagen der Menschheit helfen, sich zu lösen von den dunklen Energien aus diesem Sklavensystem, sich auch zu lösen aus diesem Sklavensystem. Denn diese Sklavenmatrix haben wir alle mit unserer Inkarnation freiwillig betreten, jeder mit seinem Seelenplan und Lebensplan. Aber diese Indigos sind also dafür da, dass sie der Menschheit helfen und den Menschen helfen, jetzt diesen Übergang zu schaffen, zu gestalten und zu schaffen. Und wenn du dieses Video mit hier hörst, dann bist du auf alle Fälle mit dabei. Ja, diese Lichtcodes, diese Lichtfrequenzen kommen sehr unterschiedlich bei den Menschen hinein, ja. Also bei mir habe ich das schon oft erzählt über, meistens über die Zirbeldrüse, bei den meisten. Und setzen sich dann fest, sodass der Lichtkörper immer stärker wird und immer größer wird und du diese Lichtfrequenzen, die Codes Gottes halten kannst. Und dafür brauchen wir gereinigte, gesäuberte Chakren. Und umso stärker sich diese Chakren reinigen und säubern, also du deine Glaubenssysteme, Identifikationen, deine ganzen Gefühle reinigst und wieder erhebst in ein Einheitsbewusstsein mit deiner Seele und mit Gott und mit Christus. Dann entsteht also dieses vereinte Chakra-Bewusstsein, diese vereinten Chakren, die das Licht halten und tragen können. Und was bedeutet das, dieses Licht zu halten und zu tragen? Das bedeutet, dass deine Aura immer stärker wird, immer kristalliner, immer lichtvoller. Und du eigentlich mit diesem Lichtkörper, der sich mehr und mehr mit deinem physischen Körper dann vereint, auf die Straße gehst, ja, und eigentlich nur Ausstrahlen brauchst. Und das ist das reine, pure Sein. Ich bin. Und mit diesem Ausstrahlen deines Lichtes, immer aus dieser Herzfrequenz, berührst du die Menschen der anderen, die diese Heilfrequenzen dann aufnehmen und für sich integrieren können, sofern sie diese empfangen wollen. Ja, also diejenigen, die jetzt die neue Erde betreten, sind dafür verantwortlich und tragen auch diese Verantwortung, dieses Licht und diese Urfrequenzen, diese Urcodes der Schöpfung zu halten. Und das ist der Job, der Lichtträger, ja, der Lichtarbeiter. Das ist unser Job. Dafür sind wir auf die Erde gekommen. Okay, und jetzt möchte ich gerne weitergehen. Es ist also so, dass umso stärker dein Lichtkörper wird und deine Ausstrahlung in deiner Aura, umso mehr Lichtcodes, göttliche Codes du halten und tragen kannst in deinem System. Umso weniger wirst du zurückgehen auf die alte Erde. Das heißt aber nicht, dass du jetzt hier nicht mehr leben kannst, sondern das bedeutet, du bist viel integrer und kannst viel schneller dich sozusagen hineinbegeben und wieder rausbegeben mit deinem ganzen Lichtkörper. Ja, okay, das ist also unser Sein. Das ist so das Erste, was ich gerne sagen möchte. Und in diesem vereinten Zustand, in diesem vereinten Chakrasystem kannst du auch mehr Liebe halten. Du kannst die reine, bedingungslose Liebe mehr und mehr in deinem Körpersystem halten. Das ist das, wo wir jetzt hingehen werden. Und in dieser Vereinigung mit dem Selbst vereinigen wir dann auch unsere männliche und unsere weibliche Seite in uns und bringen sie wieder vollkommen in die Mitte und in die Balance. Und dafür ist aber die Voraussetzung und das ist das, was jetzt auch geschieht, die Heilung der Urwunde des männlichen Herzens. Die männlichen Aspekte sozusagen, unsere männlichen Seelenaspekte, diese Urwunde ist in unserem Herzen. Und die Urwunde der weiblichen Seelenaspekte, der weiblichen Aspekte ist in der Gebärmutter. Und das erklärt auch sehr viel, warum so viele Frauen Gebärmutterkrebs haben und warum so viele Männer Herzinfarkte haben und auch an Herzinfarkt sterben, weil das die Urwunde ist. Ja, wir gehen also aus dieser Gebrochenheit heraus und das ist das Wunderbare. Jetzt in den kommenden Wochen und Monaten für alle diejenigen, die also mit aufsteigen oder wollen sich erklärt haben und gehen in dieses Einheitsbewusstsein zurück. Und da komme ich gleich auf einen ganz, ganz wichtigen Punkt jetzt, was ich auch angesprochen habe gestern in dem Channeling. Aus diesem Einheitsbewusstsein gehen wir in eine vollkommen neue Kommunikationsform, die wir alle jetzt erstmal lernen müssen. Denn in der Spaltung, in der Trennung, die wir ja tausendelang hatten, auch in der Trennung zwischen Kopf, Herz und Bauch, waren wir nicht in der Lage, aus einem vereinten Bewusstsein heraus zu kommunizieren. Und diese Kommunikation beinhaltet zum einen, dass wir auf unsere Intuition jetzt viel mehr hören, immer mehr, immer mehr uns dessen bewusst werden. Und zack, wow, da war meine Intuition, wow, ich habe darauf gehört oder ich habe nicht darauf gehört. Ja, das ist das eine, also die wird jetzt so viel stärker, weil wir aus unserem Einheitsselbst beginnen, die Welt im Außen wahrzunehmen. Also vom Innen nach Außen heraus wahrzunehmen. Also höre auf die Intuition, trainiere sie, trainiere diesen ersten Impuls, peng, so diesen allerersten Impuls. Ja, und dann folge dem. Wir werden eine neue Kommunikation lernen und das wird sich ganz stark jetzt auch auf unsere Beziehungsebene auswirken. Und durch diese beiden Vollmonde, die wir ja erlebt haben, diese beiden Wasservollmonde, das waren schon die Trigger dafür, dass sich dort schon sicherlich sehr viel gelöst hat, sehr viel hervorgekommen ist. Und dass vielleicht auch schon viele sich gelöst und getrennt haben von Beziehungen verschiedenster Form, die nicht mehr stimmig sind und nicht mehr aus einer höheren Perspektive, aus einem höheren Bewusstsein, aus einer höheren Kommunikation fortgeführt werden. Und wir dürfen das jetzt wirklich lernen, wir dürfen das üben und das wird in den kommenden Wochen sehr intensiv. Denn mit diesem Lilith-Aspekt, der ja gestern kam oder gestern entstand, für die kommenden zwölf Jahre werden wir also das trainieren. Alle Kommunikationstrainer oder auch aus diesem wahren Bewusstsein heraus haben sicherlich jetzt ganz viel damit zu tun. Das nächste, was dann dadurch entsteht, ist aus dieser starken, vereinigten Liebe, dass wir uns lösen aus Co-Abhängigkeiten. Das, was viele Jahrhunderte und Jahre gelebt wurde, dass wir uns in Abhängigkeiten begeben haben aus den verschiedensten Aspekten heraus. Das wird sich jetzt lösen. Und es werden also dadurch sehr viele Partnerschaften, weil dieser Abhängigkeitsaspekt nicht mehr gelebt werden kann und will. Und dazu kommt auch, dass dieser neue Mensch, der jetzt entsteht, also diejenigen, die auf die neue Erde gehen, die jetzt diesen Aufstieg mitvollziehen, auch nicht mehr bereit sein werden, Gefühlslagen anderer mitzutragen oder zu heilen. Ich kann mich erinnern, dass ich also in meinen Beziehungen mich ständig dafür fühlte, verantwortlich, mitverantwortlich fühlte, die Gefühlslage und den Heilungsprozess meines Partners mitzutragen, ja sogar zu übernehmen, ja sogar für ihn zu heilen. All das löst sich in diesem Einheitsbewusstsein jetzt auf. Es kann nicht mehr gelebt werden. Und es kann auch nicht mehr gelebt werden, dass jemand seine Gefühlslage auf den anderen projizieren kann. Und derjenige, der in diesem Aufstiegsprozess ist, der also weiß, ja, er betritt jetzt hier die neue Erde, das Raumschiff neue Erde, wird das nicht mehr mit übernehmen. Jeder kommt jetzt vollkommen selbst in seine Eigenverantwortung. Und so oder so, ob derjenige mit auf dieser aufsteigenden Erde ist oder absteigenden Erde ist, das ist die Trennung der Welten, denn das wird nicht mehr geschehen und kann nicht mehr gelebt werden. Das ist wirklich ein ganz, 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 ganz wichtiger Aspekt. Und darin kommt dann auch, das bedeutet auch, dass dieser neue Mensch, da wo wir jetzt hingehen, an niemanden mehr gebunden ist. Keine Abhängigkeiten in keiner Form. Das ist die neue Freiheit, die entsteht. Auf in diesem höheren, neuen Bewusstsein. Wir übernehmen also nicht mehr länger diesen emotionalen Ballast von anderen. Und der neue Mensch ist nicht mehr bereit, das also zu tragen. Das nächste, was jetzt auch kommen wird in dieser neuen Form der Kommunikation ist, dass die Empathie ein ganz, ganz, ganz großer Aspekt ist. Und da als wirklich hochsensibler Mensch, der ich immer war, ein ganz hochsensibles Kind, ja. Meine Ausrichtung war als Kind schon immer zu den Sternen. Ich habe auf dem Klettergerüst gesessen und habe immer die Sterne besungen, ja. Und wusste ja damals nicht, dass ich ein hochsensibles Kind bin oder war. Und jetzt wirklich ein sehr hochsensibler Mensch und vor allen Dingen ein Empath. Und vielleicht kennst du ja Raumschiff Enterprise und da ist ja die Empathin, die alles wahrnimmt und alles spürt. Und so lange wurde also der Empath und der hochsensible Mensch in unserer Gesellschaft ausgelacht. Ich weiß noch, dass zu mir gesagt wurde, ja, du bist so naiv und du glaubst ja immer alles ungefähr, ja. Und was du alles fühlst und dann hab dich doch nicht so, ja. Und genau das wird jetzt in dieser neuen Zeit und auch in dieser Übergangszeit, in die wir jetzt gehen, eine ganz besondere Gabe. Und wenn du dich, und das passt alles zu diesem Thema, wirklich, also wirklich eine neue Kommunikation, ja. Wenn du diese Gabe hast und ein hochsensibler Mensch bist und ein Empath, empathische Fähigkeiten, so werden diese jetzt wieder mehr und mehr endlich geschätzt und gewürdigt. Denn damit hast du auch die Verbindung zu deinem Herz-Kopf-Bauch-Verhältnis, zu deinem Einheitschakra. Du hast die Verbindung vollkommen zu dir selbst. Es war also so, und das weiß ich auch aus meinem Leben, dass in diesem alten Erdensystem der Empath immer der Gebende war. Immer der Gebende, Gebende, Gebende. Ich musste wirklich lernen, zu empfangen und zu nehmen. Und in diesem alten Erdensystem, also unbewusst, waren diejenigen immer verbunden mit Nehmern. Vor allen Dingen im sehr narzisstischen Ausdruck, ja. Und diese Sklaven-Matrix ist eine alte, ego-narzisstisch basierte Matrix. Und diese alte, ego-narzisstische, basierte Matrix löst sich jetzt wirklich auf. Und diese empathischen Fähigkeiten und Gaben des Gebens lösen sich in dieser Co-Abhängigkeit von diesem Nehmen. Und das bedeutet auch, dass derjenige, der als Empath hier geboren ist und jetzt für diesen Übergang in diese neue Erde zur Verfügung steht, natürlich diesen Auftrag hat und hatte, das beides in eine Balance zu bringen. Dieses Geben und Nehmen. In eine Zentriertheit und Ausrichtung von der Mitte heraus, genau in diesem Geben und Nehmen, dann in die Balance zu kommen. Und diese Balance, diese Zentriertheit in diesem Einheitsbewusstsein, damit gehen wir sozusagen in diese neue Matrix hinein. Damit bauen wir die neue Matrix auf. Wenn du also ein Empath bist, herzlichen Glückwunsch, mach deinen Job richtig gut, ja. Sodass du in Balance bist mit diesem Geben und Nehmen. Also in diesem neuen System ist die Empathie, diese hohe Empathie kein Leiden mehr, sondern wird zur Verfügung gestellt für den Wachstum der Menschen. Und Empathie ist wirklich für mich auch in meinem Leben so wichtig gewesen. Also ich wurde so oft dafür belächelt, ja. Ich weiß noch da, also ich bin auch ein sehr fürsorglicher Mensch. Ich weiß noch, dass ich so oft angesprochen wurde in verschiedensten Situationen, wenn ich etwas gesehen habe, was der andere braucht, in ihm gebracht habe. Eine Decke oder ein Kissen oder ich weiß nicht was. In dem verschiedensten, dann habe ich ganz oft gehört, ja, du bist ja wie eine Mutter, sowas zum Beispiel, ja. Na, du bist ja wie eine Mutter, ne. Ach, naja, gut, brauchst mir nicht bringen. Ach, so hast du ja gesehen. Also ich wurde immer belächelt dafür. Und dabei ist es so etwas Wunderbares, diese göttlich-weibliche Energie zu leben. Und genau da komme ich auch noch zum nächsten Aspekt. Denn mit diesem Neumond heute erhebt sich die göttlich-weibliche Energie. Und sie erhebt sich nicht nur in den Frauen, sondern auch in den Männern. Und das schließt auch diesen Kreis, was ich am Anfang gesagt habe, dass diese Herzwunde, diese männliche Herzwunde sich jetzt mehr und mehr heilt. Denn das göttlich-weibliche heilt die männliche Herzwunde. Und damit entsteht übrigens auch eine neue Sexualität. Eine neue Form der Sexualität. Denn das göttlich-weibliche, sofern sich der Mann darauf einlassen kann, auf das ganz weibliche Hingebende und das auch trägt und fühlt und nährt und in sich aufnimmt, so wird diese männliche Herzwunde, das männliche Herz, diese Urwunde dann darin geheilt. Und das kann nur das göttlich-weibliche, die Göttin in uns. Jetzt bin ich schon bei 21 Minuten angekommen. Und das ist ganz schön viel. Ja, ich möchte nochmal sagen, also dass diese Empathie wirklich eine Gabe der Seele ist. Ein Geschenk der Seele. Und wir das jetzt wieder beginnen zu würdigen. Ja, okay. Ich glaube, das ist jetzt richtig rund. Ja, das kriege ich auch gesagt von oben. Das ist jetzt richtig rund für diesen Neumond. Ich wünsche dir eine kraftvolle Zeit mit dem göttlichen-weiblichen in uns, welches jetzt sich wirklich erhebt. Und ich danke dir wieder, dass du dabei bist, dass du mit uns hier auf diesem Kanal bist. Und ich glaube, ich habe mich trotzdem auch entschlossen, einen Telegram-Kanal demnächst aufzumachen, wo ich das alles rübergebe. Auch noch, ja, ich hoffe also, du hattest heute einen schönen Tag. Ihr Lieben, es steht viel Arbeit für uns an, für uns Lichtträger, die diese Codes in sich halten. Ja, ich hoffe, du bist bereit. Und ich sende dir ganz viel Liebe, Freude und Licht hier von mir. Dankeschön. Merci, bye-bye. I love you. Deine Daniel. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.